Hey, moin, oder? Guck mal, wo bist du? Oh, hier, ne, da, ja, genau, moin. Ja, guten Tag. Na, bist bereit? Pass auf. Zwei alte Landwirte, die treffen sich, ne? Und dann sagt der eine zum anderen, du, ich muss dir sagen, also ich hatte ja ganz großes Glück mit meiner Hühnerzucht, ne? Ich hab da ja letzt aus Versehen den falschen Sack zu fassen gekriegt, ne? Und dann hab ich, anstatt Körner, hab ich dann schön Sägemehl gefüttert, ne? Und jetzt gestern sind dann die ersten Küken geschlöpft, ne? Und was soll ich dir sagen? Elf haben ein Holzbein und das zwölfte ist ein Spech. Ja, der war gut, ne? So, was machst du gerade? Hier bist du am Kochen, ne? Ja, dann, dann mach mal weiter, ne? Ich will den nicht aufhalten. Tschüss.